Ich suche sie nicht, sie suche mich. Ich sehe einen jungen Mann dort stehen, nach einem herren Gegenstand bestehen. Der Gegenstand kommt näher bald heran. Sie ist mein Hund und Mann, das hübsche Weib gescheint von heißem Blut. Aus ihren Augen strahlt Liebesglut, aus der es wird den Gott, der unbefricht. Da strahlt das Licht, doch der Jüngling, der dort stehlt, sehen wir einen Feuerblick, und hier und hier, die fliehen. Und sie sehen den Glück, ist sie, sie beglückt. Auch die glatte Scheibe zöcke, dass ein Leichen gar so heide, und so dritt schmerzelt und geültelt. Aber hier, ich am Ofersteppe, meinen Schrank, wenn er um Lippe, nimmt die Fähne nicht zur Hand. Der Gegenstand ist altbekannt, und dennoch immer wieder interessant, nur noch voll verstehe, im Voraus zu sehen, was noch wird geschehen. Das ist der Weg im Plan, was wir im Berge waren. Der Blick, wie der Forte Gamm, steht im Zusammenhang. Und kennt man die Menschen wohl, und bleibt auch die Spur. Und schaut man zu Höhen, und keine Stadt allein. Und so acht davon, und gebührt in dir, aber nicht der Ruhm, denn noch ein ewig ins Leben wird, und in der Welt dem Leben lang geschieht. Und so acht davon, gebührt in dir, aber nicht der Ruhm, dass du ewig bist, und die Unendung bist. Dass ich erzähl, was dunkel bleiben sollt, ist meine einzige Schuld, wenn ich so wollt. Doch diese Schuld kann oftmals, wie ich mein Verdienst auch sein. Und gerade, den ich treffen wollt, hat selten einer mir daran gekrollt, an jeder Fall, ich weiß schon, wie gemeint, die ist mein Freund. Jeder reibt sich nur die Hände, schlicht und recht ist ihm geschehen, sucht der Richtgewirrmende, wie man sich getroffen seh, steht im Nachbarn, menschenfestig, denkst, war mir die Frau verlächtig, als Gerdanis. Halt durch mich, denn der Kuh ist schon richtig, da war ein Dreck, der Peter Bote, ein paar Hände, ein Unterflugel, wo den Koffer sich verdriebst. Daniela seht, zumalte Kraft, nur er ahnt nicht, was seine Sterne sprießt, will unend Geschichten, kann so ich berichten, hab gar nichts zu dichten. Das ist eine sehr, 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 was im Berge war, will ich, wie die Worte, ganz still zusammen war. Und dann, wenn man die Menschen, wo reich auf die Schule, am Morgen von der Eindel, und reich da gleich, Doch trach hoch, und wir füllen alle Stimmung, und das wohl geben wir jetzt, und in der Wünsche, nur noch gestehen! Und wir füllen auch hoch, wir füllen alle Stimmung, und das wohl geben wir jetzt, und wir füllen wir jetzt! Applaus